Ich fühl mich heute wieder noch nicht so gut, ne? Da muss noch ein bisschen mehr kommen hier gerade. Also Tag M-Level wird schwer werden, ne? Ja, fühlt sich halt echt nicht gut an. Die Kugeln fliegen elendig langsam und haben heftigen Bullet Drop, deswegen auf Entfernung habt ihr ja gesehen. Katastrophe, Junge. Katastrophe. Und ansonsten halt sehr langsam, also auch für, sagen wir, Mittelstrecken schwierig. Sollen gucken. Na, sch***. Ich komm bitte zu dir zur Höhe. Hat den Jeep Break? Unter mir auch Gegner. Oh, ich glaub von nem anderen. Ja. Nice. Der kommt. Scheiße, ich hab immer noch keine Waffe, what the f***. Hier drin. Oben ist er. Ja. Geh runter, ich brauch ne Waffe, bist alleine. Was für euch? War der auf K oder war der einfach nur langsam am Kopf? Oh, du hast mir so in den Arsch gerettet. Du hast den so, ich bin ohne Partner hochgepusht und der hatte drei Plates drin. Uff. Und du hast ihn gerade noch so den... Ja, ich hab mich nachgeknackst. Ja, geil, Mann. Danke, danke. Nice, nice, nice. Und ich war auch dabei. Hier hinten, hier hinten zwei und einer rechts neben mir im Dome. Evil's me mock. Und die anderen waren hier hinten, die große Kuppel. Aha, so, okay. Mh, einen nur ein paar Mal rischt. Ja, ich höre ihn hier hinter. Einer knockt unten. Okay, genau den meinte ich. Hier hinten. Weg, 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 weg. Ja. Okay. Uiuiui. Also Bounty oder die Festung? Ich bin für Festung. Okay. Ist das. Bounty rennt uns nicht weg, ne? Juhu. Man kann auch mit Autos fliegen. Man muss es nur wollen. Lustig, dass Autos hier plötzlich doch nicht die ganze Zeit einfach umkippen auf den Rücken. Ah. Ich hab keine Reifen mehr. Ich kann nicht mehr lenken. Er fährt wirklich nur noch geradeaus. Ne, reparier die Reifen. Ne, jetzt schuldig, dass die Reifen platzen. Ich glaub, der ist nicht mehr zu retten. Oben drauf ist irgendwas bei euch. Ganz oben. Der Bot nimmt mich halt einfach fast hops. Oh, ja. Er ist ein Bot oben. Au, au. Ich glaub, das ist kein Bot. Ist hier drüber? Nein. Oh Gott, Digga. Oh mein Gott. Alter, ich bin doch schon weg. Was hittet er mich noch? Das sind aber alles Bots. Aber wir haben Gegner, die trotzdem in der Nähe sind. Gute Bots. Ich weiß nicht, ob der da ein Bot ist. Das kommen jetzt auf jeden Fall. Ja, es kommen Spieler. Das andere Team kommt jetzt. Einer ist Nock. Danke, Fanto. Einer Nock, einer Cracked. Ich bin die ganze Zeit nur low wegen den Bots. Alle down. Äh, noch mehr, noch mehr. Ja, die sind schon close, aber auf, Vorsicht. Oh Mann, ich mach fest, Lea. Ach, der hat wirklich so eine tolle Runde bisher. Ist hier außen direkt. Ist da rein? Ah, ne. Also irgendwie, ja, Reload. Ich hab halt die ganze Zeit nur alles gegen mich gehabt, oder? Boah, das ist scheiße angefühlt, Junge. Ich bin halt überfordert. Man merkt das, ne? Ich hab heute so einen Überforderungstag. Mal sehen. Es scheint nach hinten zu gehen gerade. Hier, der bei der Halle, meinst du? Ja, der war cracked. Oh, Hände, Ränder, Rinden. Down. Ich denke mal, er hat mich geflasht. Meine Güte. Also ich wurde geschleudert. Wirklich. Only Schleudering von mir. Mann, können die irgendwann mal aufhören zu spawnen, diese kleinen Fickviecher. Äh, Fickviecher? Die Antwort lautet offiziell nein. Ja, da kommt gerade auch wieder was. Hat er eine Ammo-Box von euch? Ähm, ich hab keine. Nope. Okay, wo wollen wir hin? Ah, da ist noch ein Kopfgeld im Westen. Das hole ich. Stimmt. Ich kann Streaks abgeben. Ich hab fünf Platten, aber ich hab sechs Streaks. Ja, gib mal zwei. Dankeschön. Wo bin ich hier? Ähm, Sarif Bey. Ich mein, da in dieser Gaste, wo ich war. Ich weiß. Okay, sorry. Ja. Okay, okay, cool. Toxic. Äh, schon ein bisschen lang. Gustav Toxic in den Chat. Aber das ist auch wichtig. Wer in Call of Duty nicht Toxic ist, der, äh, weiß ich nicht, schlägt Frauen. Weiß ich jetzt nicht. Weiß ich. Weiß ich jetzt auch nicht. Mir ist einfach nichts eingefallen. Ich distanziere mich. Ach, come on. Mit dem Spiel wie her, Gustav, kann ich gar nicht. Alle drei gebannt. Random made. Wofür denn gebannt? Toxic. So, ich werd jetzt hier links rum. Einer hat sich hochgezogen. Ist ganz oben jetzt. Okay. Ich würd sagen, wir fahren mal weiter links. Ist ja nicht unter die Fahnen direkt. Einer hier. Beiz. Äh, ups. Hier ist gesnipet oben. Knocks im Building. Goddammit. Schön. Oh, es hauen sie aber böse raus hier. Ja. Oh, das waren zwei Teams gerade. Die haben auf sich gegenseitig geschossen. On me. Oh, bei mir. Hier ist einer drin. Ja, versuch ich zu holen. On me, on me. Der Stun, der Stun. Oder ich hab so Parkour gemacht auf einmal. No. Danke, Mann. Kein Problem. Bro. Ey, ich hab nie jemanden gesehen. Das war ein bisschen enttäuschend. Kurz leise. Kurz leise. Gerne geholfen. Jo, ich komm. Wo bei dir? Also. Nice. Timo. Nice. Äh, am Shop wurde gekauft. Mhm. Und da landet er. Ich hab diesen Chat schon so leise gemacht und ist immer noch so laut. Meiner lebt irgendwie noch. Jörg, du hast den bei dir, oder? Ja, ja. Der ist weg. Über mir noch. Unter mir. Down. Unter dir. Unter dir. Alles Ding. Über mir. Unter mir. So, man kommt. Letztes Team. Ja, für jeden Fall. Einer Knock. Danke. Sind die anderen? Oh, der andere wurde geklettet. Der lebt. Der lebt noch an der Klette. Mei, so eine Scheiße. Ich mach gar nichts, ne? Er hat 13 Kills. Ich hab nicht einmal sieben Leute gesehen. Ich hab so ein Problem, in diesem Spiel zu verstehen, wo was ist. Ja, same. Also, wir sind da jetzt schon wieder gelandet. Also, Hank hat, glaub ich, die Kills gemacht. Ich hab nicht eine Person gesehen. Niemanden. Ja, ich hab auch nur ein bisschen mit rumgehittet. So, I don't know. Ich lande dort. Mir wird was angezeigt. Lande im Ort. Da ist niemand. Und dann, okay. Keine Ahnung. Also, hier oben ist was. Da waren halt viele Bots, ne? Ich verwarte ganz lange. Ich bin schon nicht auf dem... Also, ich hab nicht mal einen Bot gesehen. Nein, nein. Ich glaub, ich verstehe irgendwie noch nichts. Oh. Ah, das war auch eine One-Hit-Sniper. Ich bin down. Ich weiß nur nicht, wo. Man hat keinen Glint gesehen. Äh, irgendwo. Ja, Richtung Shop. Richtung Shop. Ich seh ihn da unten. Ja, oben auf der Mauer. Oder? Der hat keinen Glint gehabt. Ja, ja. Ich seh auch keinen Glint nämlich. Ich seh ihn. Ich seh ihn. Ein K.O. Schön. Ich lade wieder auf meinen Boot. Nicht finished bisher. Hä? Er snipet irgendwo von rechts, ne? Wo? Ist der da? Hab ich ihn doch einen Finish bekommen? Ich glaub, irgendwo von hier. Aber ich seh gar nichts. Ah, grad einer hinter dieses Haus gerannt. Hinter dieses. Einen hab ich. Ich bin unterwegs. Okay, äh, im Nordwesten ist einer. Der snipet die ganze Zeit hier. Snipet auf mich. Der macht One-Hit-Snipes. Und sieht der K.O. Das Lock. So schlecht. Schön. Ja, Bruder, bei dem hab ich auch gar keinen Glint. Noch einer, noch einer. Der hat Hits. Chaot. Müsste letzte gewesen sein. Ja, war der letzte. Was? Wir haben das Geld. Kriegst du mich gerest schnell? Natürlich. Hier. Äh, da wurde gekauft gerade. Ja, man sieht ihn auch landen. Hier oben drauf. Oh mein Gott. Diese Waffe gar nichts. Einer nockt. Was tu ich mir da an? Ah, scheiße. Den Schatz, den soll ich nicht mehr. Oh Gott, ja. Okay. Nockel. Haben wir noch einen anderen? Anderen? Hier oben drauf. Er guckt noch nach vorne. Ich glaub, er hat uns noch nicht gehört. Ich hör noch Steps unter mir. Es sind zwei. Okay, ich komm mit hoch. Okay, ein Finish. Da war da noch einer, glaub ich. Ich hab unten Steps gehört. Hinter mir. Oh mein Gott. Der ist einmal außen rumgelaufen. Aber ich rest ihn, ich rest ihn. Ja, danke, danke, danke. Hier, was finden wir? Ich bin mit 500 am Shop, bitte. Oh, danke schön. Boah, da hat er uns outplayt, ey. Ja, ich. Oh, ja, hier ist wer? Einer nockt. Noch einen nockt. Noch einer nockt. Für Steps. Ja, hier ist noch einer gewesen gerade. Oder war das einer von euch? Das war einer von euch, glaub ich. Oh, vor uns auf der Brücke. Ja. Auf der Brücke? Ich mach direkt einen Mortar drauf, ja. Nein, ich hab's auf mich gemacht. Na egal. Also hier vorne. Macht der jetzt, so. Fuckin' Airstrike drauf. Mal sehen, was passiert. Wir kommen an den nicht hoch. In dem Haus drin, glaub ich. In dem Haus noch mehrere Leute. Und hier. Einer finished. Nochmal Sheeprack einer. Nochmal Sheeprack einer. Geh rein, hol sie dir, Fantu. Let's go, Fantu. Ihr linkes Haus war einer finished. Da müsste noch was drin sein, glaub ich. Und da oben. Das Haus hier bei uns ist leer. Einer nockt oben. Da oben. Augen nockt da drauf. Bei dir im Haus ist was, Fantu. Vorsicht. Okay. Trepp. Ja, oben. Links die Treppen. Zwei Leute mindestens. Einer K.O. Wie er mich anschießt durch die Wand. Cluster. Hab einen Finish. Ja. Oh, überlebe ich hier? Scheiße. Hier drin. Nein. Oh mein Gott. Hier kommen welche runter. Sheeprack. K.O. Schön. Ein Hit. Es sind zwei Solos. Interesting. Er schmeißt irgendeinen Stun. Der muss ja weiter, ne? Wir müssen auch, Alter. Alter. Sheeprack nochmal bei dem. Er wusste, er zählt ja dann noch. Sheeprack wieder. Okay, ein Solo. Oben auf der Brücke. Sheeprack. Nice, Jungs. Let's go, man. Schön. Gute Runde. Ah! Wie schwer war das? Gute, schwere Geburt. Am Ende noch richtig überzeugen können. Auch mit der Waffe, ne? Alter, 15, 17 und 10. Oha. Aber solid. 42 Kills. Das ist wirklich solid.